Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Alpenfarmprojekt aus den LS22. Einen wunderschönen Mittag wünsche ich euch. Es ist schon länger etwas her, damit wir von dem Dave-Game was gebracht haben. Jetzt habe ich einmal wieder reingeschaut und sehe da schon wieder Arbeit. Dann habe ich mir gleich mal so einen Anhänger gekauft, denn wenn wir jetzt holen fahren, dann können wir das so aufladen. Der fahrt 20, der fahrt 22, der ist noch mit dem Uploaden. Es dauert noch. Na, fahren wir mit dem herrn Kollegen. Fahren wir mit dem herrn Kollegen. Jo, ich hoffe es hat euch die letzte Folge gefallen, was ihr gesehen habt auf meinem YouTube-Kanal. Und jo, schauen wir mal, was wir in der Folge oder so machen werden, außer das weg transportieren oder. Wo wir mal abonnieren, dann fahr ich für ein support. Und, schauen wir mal. Machen wir mal ein bisschen in den Ohren und laden wir das auf, kommen wir an den Gabelstapler haben wir eh die Basis. Oh, ich denke ich habe es bei dem Kahn. Oh, ich kann das mal schauen. Hier haben wir ein schönes Plakat. Übrigens das Kubota DLC-Horia jetzt an, da kommt der Polter, wo haben wir das? Ähm, dort. Ach, das ist ein Schiener. So, da werden wir später mal auf Club-Up gucken, da werden wir das mal anschauen. Erstmal in den Kommentaren, ob ihr das auch habt. Würde mich interessieren. Oder wann das schon ausgetestet hat. Hier, schauen wir mal. Jetzt soll dann angeblich wieder eine neue Extension Viscose kommen, im November glaube ich. Schon gespannt. Irgendwo Sprint holt's, hab ich gesehen. Jo. So. Ah, das steht da ja. So. 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 Bei denen ist Kubota groß genug fertig. Oh. dann fahren wir wieder zurück, lassen wir das auf, schauen wir mal, wo es bringt überhaupt 900, ah ja, Salat 1666, what? das ist das ist das ist wir haben wir, wir haben hier wir haben wir haben ich glaube nicht jetzt sind meine Kommentare, ob ihr alles gesehen habt oder ob das bei euch dabei war von den Trektern der Überraum ist zwar nicht so geil aber das kriegen wir schon hin irgendwie das müssen wir anrufen aber jetzt können wir erst einmal sagen das können wir abschalten können wir den auch nehmen wir das eigentlich gleich mit her an machen wo ist denn Honig überhaupt Supermarkt eigentlich alles beim Supermarkt ja dann können wir das alles mitnehmen was also Trauben sagt jetzt einfach so dann 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020